Wir haben hier erneut unsere Stromproduktionsdaten der regenerativen Energiequellen aus Deutschland für das Jahr 2022 mit den gerundeten Werten. Ein Link zu dieser Datei findet sich in der Videobeschreibung. Wer mit diesen Daten einmal selber spielen möchte, auch die Quelle, also die Daten von der Bundesnetzagentur, habe ich dort auch nochmal angegeben. Wir wollen jetzt die ersten Berechnungen mal vollziehen, und zwar indem wir hier diese Funktionen verwenden, die wir hier oben eingeben können. Wenn man hier auf dieses f von x klickt, kann man alle Funktionen, die es gibt, verwenden. Man sieht ja schlecht schon die ersten Funktionen vor, die man zuletzt verwendet hat. Wir können uns hier die verschiedenen Kategorien angucken, die es gibt, also Finanzmathematik, Datum, Uhrzeit, mathematisch, trigonometrische, statistische Daten usw. Also eine ganze Reihe an vordefinierten Funktionen. Ich kann auch nach Funktionen suchen, und wenn ich hier auf eine Funktion klicke, erklärt ihr mir ganz kurz, wie diese Funktion funktioniert. Also hier die Summe zum Beispiel aus verschiedenen Zahlen. Mit der Erläuterung summiert die Zahl in einem Zellenbereich. Ich kann hier auf Weiter-Informationen klicken, dann öffnet sich eine Hilfeseite, bei der dann diese Funktion nochmal genauer erklärt wird. Das will ich jetzt hier an dieser Stelle aber gar nicht machen. Ich möchte jetzt also die Summe berechnen von den Werten, die in diesen einzelnen Spalten stehen. Das haben wir schon gesehen, wenn wir jetzt hier mal den 1.1. markieren, dann sehen wir unten in der Fußzeile die Werte, also den Mittelwert, der wird berechnet, die Anzahl, das Minimum, Maximum und die Summe. Das heißt 107.138 Megawattstunden. Das ist ja dann die erzeugte Energiemenge der Bioenergie am 01.01.2022. Das möchte ich jetzt direkt berechnen. Wie mache ich das? Wir haben es schon gesehen, das Rechnen geht immer mit einem Gleichheitszeichen. Dann schreiben wir Summe. Er schlägt direkt auf Basis dieser Angaben schon vor, welche Funktionen es gibt, die mit diesem Begriff anfangen. Dann öffnen wir die Klammer, er schlägt direkt vor, wie man diese Funktion benutzt. Also wir geben verschiedene Zahlen ein, was wir jetzt wollen. Wir wollen also einen Bereich definieren. Hier steht jetzt A1 bis A3. Wir machen jetzt mal hier den 01.01.2022 von 0 Uhr bis 23 Uhr. Das heißt also von der Zelle B2 bis zur Zelle B25. Wenn wir die Klammer schließen, dann ist das genau die Angabe, die wir haben wollen. Wir kriegen hier das Ergebnis. Doppelklick öffnet nochmal die Funktionsbeschreibung, die wir auch hier oben in der Kopfzeile nochmal sehen. Er markiert den Bereich, den wir hier summieren. Das ist also jetzt der 01.01.2022 für die Bioenergie. Wenn wir das jetzt auch für die anderen Energieträger machen, wie können wir das machen? Wir nehmen diesen Wert und kopieren ihn nach rechts. Jetzt hier stehen 35.128 Megawattstunden. Klicken wir drauf, dann sehen wir, das kennen wir schon, er berechnet die Summe aus diesem Zellbereich. Und zwar C2 bis C25. Das ist wieder die relative Referenzierung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zellen nach links und dann dieser Zellbereich. Deswegen ist es ganz praktisch, dass man durch dieses Kopieren die Daten dieser Referenzierung entsprechend übernehmen kann. Und wir haben jetzt hier von der Wasserkraft die Energieproduktion am 01.01.2022 bekommen. Wir wollen das jetzt mal für alle Energieträger machen. Das heißt, wir kopieren diesen Wert oder diese Überschriften, fügen sie wieder ein, kopieren sie rüber und haben dann, wir sehen hier, das sind die sonstigen, G2 bis G25. Jetzt können wir hier natürlich nochmal, wie wir das schon kennen, die Spaltenbreite anpassen, also markieren und dann der Doppelklick. Ich muss ihn etwas genauer ausführen und dann zieht er das nach rechts. Wir sehen jetzt natürlich, es geht über den Bereich des Zooms hinaus. Wir sehen aber jetzt hier, dass die Photovoltaik, zum Beispiel Spalte M, das ist ja die Summe von 0 Uhr bis 23 Uhr. Das sind also dann diese 34.436 Megawattstunden. Wir können jetzt noch weiter mit diesen Funktionen rechnen. Also was können wir machen? Wir wollen vielleicht sagen, dass wir das nicht in Megawattstunden haben, sondern in Gigawattstunden. Das heißt, den Wert nochmal durch 1000 teilen. Wie machen wir das? Auch da wieder, wir bilden die Summe über diesen Bereich. und dividieren ihn durch 1000 und haben dann einen neuen Wert, 107,18257. Da können wir jetzt sagen, wir wollen vielleicht mal eine Nachkommastelle ändern, also hier die Zahl in Nachkommastellen und ziehen das nach rechts, damit wir das für alle sechs regenerativen Energiesysteme bekommen. Wir sehen also dann, dass die Onshore-Windenergie 395,2 Gigawattstunden Strom produziert hat. Worauf man jetzt achten muss, ist, wenn wir jetzt diesen Zellwert 1 nach unten kopieren, das kennen wir ja auch schon. Also wir nehmen diesen Wert, kopieren ihn und fügen ihn ein. Was ist jetzt passiert? Der Zellwert ist interessanterweise der gleiche, aber es hat sich, das ist Zufall. Wenn ich das jetzt hier über die Wasserkraft mache, stelle ich fest, die Werte ändern sich minimal. Was ist passiert? Gucken wir uns das mal an bei der Bioenergie. Er hat, wir haben jetzt ja die Zellformel 1 nach unten kopiert, das heißt, er hat auch diesen relativen Bereich mit verschoben. Wir sehen hier, es ist jetzt B3 bis B26, also vom 1.1.1 Uhr bis einschließlich 2.1.0 Uhr. Das ist aber gar nicht vielleicht das, was wir haben wollen. Denn hier haben wir ja stehen B2 bis B25, gehen wir jetzt eine Zelle nach unten mit diesem relativen Bereich. Stellen wir fest, sind wir jetzt bei B3 bis B26. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich kriege jetzt nicht automatisch den nächsten Tag, sondern dieser blau markierte Bereich, der verschiebt sich nach unten. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Wenn wir sagen, ich möchte den nächsten Tag haben, dann geht das so einfach nicht. Das gucken wir uns in der späteren Folge an, mit welcher Funktion man diese Summation der einzelnen Tage machen kann. Das ist an dieser Stelle, wollen wir das noch nicht machen. Also worauf müssen wir aufpassen bei dieser relativen Referenzierung? Er verschiebt halt diesen Bereich um eine Zelle nach unten und man kriegt dann eine Summation von einem Bereich, den man wahrscheinlich gar nicht gemeint hat. Das heißt also hier, das löschen wir mal wieder raus. Was haben wir noch an Funktionen? Also wir machen mal folgendes. Ich füge mal hier eine Spalte ein, sage hier, das ist Summe gewesen. Das war auch eine Summe durch 1000, damit wir wissen, was wir hier getan haben. Wir haben noch eine Funktion, die sicherlich ganz nützlich ist, der Mittelwert. Mittelwert, wieder Klammer auf, wir markieren den Bereich, wieder den ersten, ersten, 24 Werte, B2 bis B25. Das heißt, das ist jetzt die mittlere Energie pro Stunde. Also quasi ja eigentlich, wenn wir Stundenwerte haben, ist das quasi die mittlere Leistung an dem Tag. 4.465,9 Megawatt wurden in einer Stunde durchschnittlich bei der Bioenergie erzeugt, bei der Wasserkraft etwas kleiner. Offshore-Wind 5,5 Gigawattstunden oder 5,5 Gigawatt, wenn man das auf die Leistung bezieht bei unserer Stundentaktung. Das heißt, dort haben wir diesen Wert oder diese Funktion Mittelwert verwendet. Worauf man aufpassen muss, ist, diese Keywords, diese Funktionsnamen sind sprachenabhängig. Das heißt, im Englischen heißen die anders. Das ist dann Sum für die Summe oder Average für den Mittelwert. Excel benennt das intern um, aber wenn ich jetzt dieses Dokument einem Kollegen oder einer Kollegin schicke, die ein englischsprachiges Excel hat, dann würde dort auch die richtige Übersetzung stehen mit Average. Und hier würde dann Sum stehen statt Summe. Dennoch, wenn man dann in verschiedenen Sprachen programmiert, muss man halt quasi ein Wörterbuch haben für diese Excel-Funktion. Das gibt es online. Da muss man mal gucken. Das ist ein bisschen mühselig, wenn man dort immer darauf achten muss, dass die Begriffe oder diese Funktionsnamen sprachabhängig sind. Wir bleiben jetzt hier natürlich bei den deutschen Namen, weil das Excel mit dem englischen Begriff auch gar nichts anfangen kann. Also mit Average sehen wir hier, kann er gar nichts anfangen. Das kennt er nicht als Funktion. Er kennt immer nur den Mittelwert. Da muss man ein bisschen darauf aufpassen, dass das sprachsensitiv ist. Ein paar weitere Funktionen, die sind hier noch ganz nützlich, sind der maximale und der minimale Wert. Also das ist der größte und der kleinste Wert. Wir haben auch da Max und dann markieren wir wieder unseren ersten Tag. Das gleiche machen wir mit Min für den ersten Tag, nehmen diese Werte und kopieren sie wieder mal nach rechts für die ersten drei Spalten und sehen dann der maximale Wert am 01.01. bei der Offshore-Windenergie waren 6,9 Gigawattstunden und Minimum waren 4.051 Gigawattstunden. Auch das hilft, um Daten schnell zu analysieren. Wenn wir das jetzt nicht nur für den ersten Tag haben wollen, sondern für die ganze Spalte, da haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Ich gebe jetzt hier nochmal die Summe an und ich möchte jetzt alle Zahlen haben. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, weil ich markiere jetzt, fange jetzt hier oben an bei der ersten und gehe dann ganz nach unten. Das heißt, ich muss natürlich jetzt hier 8.760 Zeichen nach unten. Das ist ein kleines bisschen mühselig. Wir machen das jetzt mal relativ schnell. Da sind wir schon ein kleines bisschen zu weit. Hier ist der letzte Wert. 8.761 ist der Zellwert oder der Zellname. Wir schließen die Klammer berechnet und wir müssen jetzt eigentlich sehen, jetzt brauche ich hier eine kleine Sekunde, um das zu berechnen und sehen jetzt hier 39,5 Millionen Megawattstunden oder 39,5 Terrawattstunden. Das heißt also, hier haben wir jetzt diese Berechnung gemacht für diese Zellen. Das ist etwas mühselig, wie man jetzt gesehen hat. Man kann die Summation aber auch anders gestalten. Ich kann nämlich einfach die Spalte markieren. Einfach hier, man sieht, der Cursor ändert sich. Spalte B, dann sehe ich hier, Summiere über B, Doppelpunkt B heißt, nehme die Spalte B. Und wir haben den gleichen Wert. Kopieren wir das nach rechts. Diese Berechnung, dann sehen wir hier, hier ist dann die Spalte D, Doppelpunkt D. Das ist jetzt eine Spalte. Das kann ich auch dann für mehrere Spalten machen. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte die Windenergie gesamt haben, dann wäre das ja Spalte D und E. Also diese beiden Spalten zusammen. Das wäre dann die gesamte Produktion der Windenergie Onshore, also Land und Offshore auf dem Meer, 125 Terawattstunden. Das ist also der Weg, über den man diese Summation auch machen kann. Das Gleiche gilt natürlich entsprechend auch immer für die Zeilen. Ich wollte jetzt hier, weil wir jetzt diese Energiedaten haben, entsprechend in den Spalten bleiben. Das ist dann eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Da gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Funktionen, die man sich hier über dieses Funktionsfeld erschließen kann. Die will ich jetzt nicht alle berechnen oder vorführen. Also der Median zum Beispiel als Alternative zum Mittelwert. Wir haben dann noch die Standardabweichung. Also der Median ist ja dann der mittlere Wert. Wir können mal berechnen, Median von B. Da ist nicht ganz der Mittelwert, weicht etwas davon ab. Median kennt man ja aus der Statistik, ist eine etwas robustere Größe im Vergleich zum Mittelwert. Der Mittelwert ist einfach der Durchschnitt aus allen Werten. Der Median heißt ja, 50% der Werte sind größer, 50% der Werte sind kleiner. Entsprechend geht es dann auch mit den Quartilen. Die Funktion sieht etwas anders aus. Wenn ich jetzt hier Quartile haben möchte, auch da gebe ich jetzt wieder alle Daten an. Ich markiere und habe dann, das haben wir jetzt gerade in der Hilfe gesehen, muss ich ein Semikolon machen. Wenn ich mehrere Werte habe oder mehrere Parameter übergebe, dann trenne ich das über so ein Semikolon. Das werden wir jetzt bei den künftigen Funktionen auch noch sehen. Und jetzt habe ich hier Quartil 01234. Er gibt hier in der Hilfe auch an, was es ist. Also Quartile, Semikolon 2 ist das 50. Perzentil, also genau der Median. Erstes Quartil ist halt der kleinere Wert. Und dann können wir das gleiche nochmal machen. Ich ziehe es mal einmal runter, nehme das und schreibe hier mal den Wert 3 rein. Dann haben wir das dritte Quartil. Also das ist das erste Quartil und das hier ist das dritte Quartil. Das ist ja das, was man dann bei den Boxplots zum Beispiel hat. Also das ist ja die Box, das ist der Median in der Mitte. Und zwischen dem ersten und dritten Quartil liegen ja 50% aller Werte. Also auch hier sieht man dann entsprechend sehr schnell ein paar statistische Angaben, wie groß ist die Varianz. Varianz selber ist dann nochmal die Standardabweichung. Schätzt die Standardabweichung ausgehend von einer Stichprobe. Man sieht jetzt hier, man hat hier schon verschiedene Funktionen. Also Stab W schätzt, dann haben wir Stab W N. Stab W S mit Stichproben noch. Wir wollen hier dieses Stab W N. Also gibt die Standardabweichung auf der Basis einer Grundgesamtheit an. Also Stab W N. Machen wir die Spalte B. Und dieser Wert zusammengenommen. Wir ziehen das wieder rüber für die ersten drei. Wir werden mal ein paar Nachkommastellen los. Wenn wir nur eine Nachkommastelle haben, sehen also der Mittelwert plus minus die Standardabweichung. Standardabweichung, das kennt man ja dann auch wieder aus der Statistik. Das entspricht ja dann den ersten 68% der Daten, die also innerhalb dieser Standardabweichung liegen. Je größer die Standardabweichung, desto breiter ist dann die Glockenkurve. Also das ist jetzt hier die Standardabweichung, Stab W N bezeichnet. Damit haben wir jetzt so die ersten wichtigen Funktionen kennengelernt in Excel, die man jetzt verwenden kann zur schnellen Datenanalyse. Wie gesagt, markieren gibt mir dann auch immer noch die Informationen unten in der Fußzeile mit der Anzahl, dem Mittelwert, Minimum, Maximum und die Summe. Das kann man immer noch mal überprüfen, ob diese Berechnung hier stimmt, ob man hier keine Fehler gemacht hat bei dieser Auswahl der einzelnen Felder oder der Zellbereiche. Aber damit kann man dann die ersten Berechnungen machen. Alle weiteren Funktionen, die jetzt von Interesse sind zu dem ganzen Thema dieser einfachen Funktion, findet man hier, wie gesagt, indem man auf das F klickt und sich hier mal anguckt, welche Funktionen es noch gibt. Zumindest die einfachen Funktionen erschließen sich darüber eigentlich relativ gut.